Tagebucheintrag 1963-4, Harold Winston. Statusbericht zu Versuchsobjekt Nummer 8. Mittlerweile haben wir uns hier alle an unsere hochintelligenten Gorillas gewöhnt. Aber der Hamster, wir haben ihm den Namen Hammond gegeben, sorgt immer wieder für Überraschungen. Durch die genetischen Modifikationen ist er zwar gewachsen, aber wir haben mehr Mühe als bei den anderen Tieren, ihn im Auge zu behalten. Irgendwie ist er neulich wieder ausgebüxt. Wir haben ihn erst nach Tagen gefunden. Ich frage mich, wonach er da draußen eigentlich sucht. Er ist in der Lage, komplexe Probleme zu lösen und sich an neue Situationen anzupassen. Und er hat alle Herausforderungen gemeistert, mit denen er konfrontiert wurde. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten zu sehen, was der kleine Kerl als nächstes aushackt. Ich bin kein Leben. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten. Ich bin kein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020